Okay, warte, also, hier ist wieder euer Pinky Brain und heute auch dabei, heute auch dabei. Ah ja, mach mal neu. Okay, hier ist euer Pinky Brain am Start und heute dabei mehr Troller. Wir machen ein 1 gegen 1, Snipen bis 30, last quick quick shot. Ja. Und heute auch mein, also, sorry, ich wollte nicht beginnen, aber, sorry, ähm, ja, hier, die neue Tarnung, wer sie noch nicht hat, die sieht hammer nice aus. Natürlich, da habe ich, also, DSR und Ballista auch auf Gold, aber ich nehme lieber die mit der neuen Tarnung. Also, wir machen eigentlich ohne Tomahawk, aber auch nur, nur zum Trickshotten, also für Magic. Ich habe ihn da voll weggerotzt. Ich nehme auch mal die DSR. Ah ja, Radar ist ja auch noch. Habe ich ganz vergessen, wir spielen dann mit Radar ein. Mit euch unterhalten wird heute Yolo King. Und er wird euch ein bisschen unterhalten, weil ich werde nicht so viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Ich werde auch nicht so viel reden. Aber er wird euch unterhalten. Weil es spannend ist. Der, 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 der da ist. Vom Kulo. hey gibt man die fremden juli king juli king einen moment nicht killen scheiß hunter kill egal jetzt gehts weiter er ist ein hacker nur spaß erst kein hacker nur er ist ein cheater nur spaß ne ich guck gar nicht auf Frau da aber was sagst du überhaupt es ist doch kein Wunder dass du besser bist das war ein Noscope hm das war kein Noscope ja juli king sag mal irgendwas unterhalt dir immer was soll ich denn sagen aktuellen Themen um die Welt oder so die Aktualität das aktuelle zurzeit der Pinky also der Pinky Boy wir haben heute wir haben eigentlich schon noch vor ja was haben wir noch vor und nachher wahrscheinlich wieder MW2 Videos Möglichkeiten du sollst dich um die was draußen passiert er dachte so also tut mir leid jetzt für äh die Schutzzuschauer dieser ähm juli king er checkt nicht was das heißt um um draußen zu reden nein Spaß aber ich meinte jetzt so draußen draußen ist es nicht so Nachrichten oder so ja ich gebe nichts mehr vor allen Dingen erstens ich nehme mir jeden Tag mal ein Video höchstens ab außer Wochenende in dieser in dieser er ist 15 an es heißt ich das die oder ich würde dich locker abziehen also es war NOSP ich habe hier ist es immer noch Konto Drohne an ich habe dich gar nicht gesehen ich habe noch Radar da 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 also Leute eigentlich bin ich nicht so schlecht da 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 weil ich guck nicht das da 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 schnauze auf den billigen plätzen Guck mal, guck ihn dir das jetzt mal an. Er ist richtig miese. Guck, er hat Input. Das sieht man doch schon. Okay, in Wirklichkeit war es einfach nur gut. Guck, guck. Der trifft gar nicht, witzig. Guck. Er trifft gar nicht. Nein, er hat gar nicht getroffen. Er schießt richtig vorbei. Aber Kopf hoch. Aber wir wissen es ja alle, Trage ist für den Arsch. Bessel. Musst du immer mit der spielen. Kannst du nicht einmal mit DSR spielen. Was, ich finde so, ich finde mal das doch. Ja, aber der trifft sogar nicht. Naja, das ist so Bienen mit deiner Fresse, Alter. Oh man, der Tricks schon von oben, ne? Guck mal, ob das Magic macht. Was, Magic? Was, Magic? Ach nein. Oh man, da ist es nicht immer mit der Frisch. Mhm. ja wenn sie sich nicht mehr zu schützen ja ja wenn du noch zu tun nur noch 20 dann muss ich auch die Rasker weiß ich nicht ich hab den Schuss noch niemals gesehen Alter ich treffe nicht das ist mein scheiß Problem boah mann ich roste gleich aus ich hab den Rolf Freikirchen warte ich muss mir sicht und bin ich hier drunter schäfen das treffe ich ihn gar nicht Drona ganz hart vor allem Drona ganz hart vor allem Drona ganz hart vor allem Alter, nicht nämlich Messern. Mann, er bewegt sich zu schnell. Kann er nicht mal stehen bleiben? Bleib doch stehen. Mann! Ich treff nicht! Du wann... F*** dich! F*** dich! Nein, ich bin nicht! Ich besser vorbei. Ich bin- Geht doch! Ja! Ja nach 1000 Jahren! Endlich! Wir feiern alle Party! Dann sehe ich nicht oder was? Pfff! Geht das Spiel wieder vom Falle los? Dann starte... Ich hab ein bisschen zu viel verpackt. Ja! Ja! Jo Leute, dieses Video wird nicht hochgeladen, aber ciao bis zum nächsten Mal! Na Spaß! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal!